Hallöchen Leute, ich bin jetzt wieder hier mit einem neuesten, ähm, ja, ja, Let's Play, mit Minecraft, so. Ähm, ich hab derzeit schon ein bisschen gebummelt mit meinem Scheiß, ja, es stört und, ähm, das dauert immer eine Weile bis es hochgeladen ist und dann die scheißen Werte, das alles Mist ist das. Aber naja, ich hab jetzt, ist das zu laut? Nein, ich hab jetzt, ähm, ähm, mehr Zeit, ja, was heißt, mehr Zeit, weniger Zeit, also ich muss mich echt beeilen, in der Woche bin ich ja kaum am Computer, also, äh, äh, eigentlich ja nicht und dann gehe ich echt eine Stunde nur mal so online und um mir ein Video zu machen, ähm, und ich werde dann aber nicht mehr, schaffen, darum werde ich dann später, also, Wochenende, werde ich ständes Eis aufholen. Oh, Entschuldigung, ich wusste es grad. Ähm, und später werden wir, ähm, ja, also später werden wir überhaupt mehr machen. Ähm, ich, äh, die Aufnahme wird doch nicht lange gehen, weil ich jetzt erstmal... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ach, du Scheiße. Jetzt haben wir die Tüger gut gefressen. Das wird ja mal verrückter, ja. Komm her, du Bummel. Los, halt doch. Ja, geht doch. Geht doch, Gule. Okay. Oh, der Toll. Ach, das ist das Geräusch. Ihr fress ne Tüger gut. Boah, ist das assig. Ja, ich bin doch leider hier auch noch mit. Aber ich mach Parts. Ich mach diesen Part fertig, oder mach ich den nächsten Part wieder? Uhuhu, ich hab den Two Mania Items Mod. Hm. Okay, Leute, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.